Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Teamkin. Ich bin's wieder N3KlerZ und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr die Pokerchips so nach oben stacken könnt und wieder zusammenführen und dann den Stapel wieder nebeneinander stellen und wieder nach oben stacken. So wie man das ja oft von Pokerspielern am Pokertisch sieht, wenn sie zum Beispiel gerade in der Situation sind, dass sie überlegen, ob sie callen oder einfach nur zum Zeitvertreib am Pokertisch, machen das ja viele Pokerspieler und das sieht man auch oft. Wenn ihr zum Beispiel jetzt Videos mal online anschaut oder so, könnt ihr das eigentlich relativ gut beobachten, dass sehr viele Spiele das so machen und heute möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert. Zunächst braucht ihr natürlich Pokerchips, wenn ihr keine besitzt, dann liet sie euch einfach von Freunden oder so, vielleicht besitzt irgendjemand, den ihr kennt, einen Pokerkoffer oder so, da könnt ihr euch bestimmt mal ein paar Chips leihen, dann könnt ihr das damit üben. Und wichtig ist auch, dass ihr eine softe Unterlage habt, also ich benutze hierfür jetzt mein Bett, ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr eine Pokermatte zum Beispiel habt, dann ist die natürlich perfekter, aber ihr könnt auch einfach ein Stück Stoff benutzen oder was auch immer. Wichtig ist, dass ihr keinen Holztisch oder so für den Anfang benutzt, weil darauf ist es deutlich schwerer. Okay, zunächst, wie ich es hier jetzt schon gemacht habe, müsst ihr zwei Stapel von drei Chips jeweils so nebeneinander legen, also der liegt jetzt etwas schräg vor mir. Das sieht man auf der Kamera jetzt nicht so gut, aber der hier liegt ein bisschen weiter von mir weg und der hier liegt etwas näher an mir dran, also das ist ungefähr so, ich sitze halt jetzt nur nicht, ich sitze jetzt, also die Kamera ist etwas schräg gehalten, deswegen sieht man das jetzt nicht so gut. Genau, so müsst ihr die positionieren und dann kommt die Position der Finger, die ist ganz wichtig, also ich mache das jetzt für Rechtshänder, Linkshänder müssen das ja dann einmal spiegeln. Aber das müsstet ihr eigentlich auch hinbekommen. Also Zeigefinger und Mittelfinger müssen sich so positionieren, dass sie diesen linken Stapel so fixieren, dass der Zeigefinger sich eben hier befindet und der Mittelfinger eher hier hinten und dass sie diesen Stapel eigentlich gut umgreifen. Der Ringfinger befindet sich hier in der Mitte ungefähr, greift aber eben eher nach diesem Stapel, also ist auch hier so dran einfach. Und Daumen und kleiner Finger sind dann noch auch an diesem Stapel, dass diese drei hier zu dritt diesen Stapel gut fixieren. Das heißt, wenn man alle fünf Finger jetzt ansetzt, dann könnte man damit, ihr habt jetzt schon gesehen, ich habe jetzt diesen einen unteren Chip nicht mit eingehoben, da komme ich gleich dazu. Man könnte aber im Prinzip gut dieses ganze Gebilde hier anheben. So und wie gesagt, also diesen unteren Chip auf der linken Seite dürft ihr aber nicht mit greifen, sondern ihr greift nur die oberen. Also wenn da jetzt noch zwei mehr drauf liegen würden oder wie viele auch immer, also ihr fangt mit drei an, aber könnt euch ja dann hocharbeiten. Am Anfang habe ich es mit jeweils fünf Chips auf jeder Seite gezeigt. Trotzdem greift ihr immer nur die oberen und nie den unteren Chip mit auf dieser Seite. Auf der Seite hier greift ihr aber alle. So und dann müsst ihr, weil ihr auf einer soften Fläche seid, könnt ihr diesen Haufen, der hier rechts ist, so leicht anheben. Mit dem Ringfinger geht das ganz gut, den hier so ein bisschen anzuheben und so ein bisschen zu drücken in den Boden auch rein vom Daumen her und so. Also das ist ja, ihr seht das hier vielleicht so ein bisschen, ich drücke den hier so runter und hebe ihn hier so ein bisschen an. Mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger müsst ihr dann diese beiden Chips quasi einfach nur hier rein drücken. Ihr seht schon, das funktioniert jetzt schon, ohne dass ich den wirklich angehoben habe. Und ihr müsst den einfach quasi rein drücken. Also ihr hebt den hier an und drückt den von links hier rein. So wäre es jetzt extrem gezeigt. Natürlich werdet ihr das ein bisschen ausgleichen müssen. Sonst bleibt der natürlich, also der untere Chip hier links, bleibt dann natürlich einfach liegen. Und das darf natürlich nicht sein. Deswegen müsst ihr das hier so ein bisschen anheben, reindrücken und dann mit dem Zeigefinger, so mache ich das jedenfalls immer, so ein bisschen nachgreifen und alles so ein bisschen reinschieben. So, im optimalen Fall sieht es dann so aus, dass die Chips sich immer abwechseln, wenn ihr das einmal geschafft habt. Also von den Farben her, wenn ihr das so macht. Das würde ich euch raten, könnt ihr euch ein bisschen selber ganz gut kontrollieren immer. Auch wenn ihr es dann mit mehr Chips macht, dann seht ihr, ob ihr einen Fehler drin hattet. Und es passiert mir auch noch oft, dass ich zum Beispiel dann oben oder unten einfach eine Doppelung habe, dass zwei von der gleichen Farbe direkt aneinander kommen. Dann sehe ich, ah, da ist noch Potenzial nach oben. Genau. Also das müsst ihr einfach ein ganzes Stück üben, aber das mit der Fingerposition, das mit dem reindrücken, da kriegt ihr auch ein Gefühl mit der Zeit dafür und dann kriegt ihr das hin und macht das einfach immer wieder so, dann wieder drei daneben, dann wieder so und so weiter. Das ist eigentlich eine ganz gute Beschäftigung, wenn ihr, keine Ahnung, gerade Online-Poker spielt zum Beispiel, da geht das auch sehr gut. Gut, könnt ihr immer wieder wiederholen, irgendwann endet es dann immer wieder in der gleichen Farbaufteilung. Genau, und dann könnt ihr natürlich von Zeit zu Zeit einfach immer noch einen Chip dazunehmen, also mit vier Chips geht das natürlich dann auch. Einfach so reinschieben, wieder unten daneben stellen und so weiter. Oder eben, wie ich es gezeigt habe, auch mit fünf Chips oder natürlich auch mit, keine Ahnung, zehn Chips. Ihr könnt das mit so vielen Chips machen, wie ihr wollt. Es wird immer wieder funktionieren, aber wichtig ist, dass ihr das sehr lange trainiert. Also ich musste auch wirklich sehr lange üben tatsächlich, dass das mal so gut geklappt hat, wie das jetzt funktioniert. Aber wenn ihr das einmal könnt, dann könnt ihr euch eigentlich auch immer noch verbessern und das weiter erhöhen, dass immer mehr Chips hinzukommen. Genau, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Tutorial helfen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video, haut rein, tschüss! Bis zum nächsten Video!